Hallo zusammen, hier ist wieder Outschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest und unterwegs. Und zwar leveln wir heute meinen Dunkeleisenzwerg wieder weiter. Mittlerweile bin ich auf Stufe 95, habe in der letzten Episode 5 Level hier einen Dreh neu gemacht und habe vor, das jetzt wieder zu machen. Deswegen schicken wir uns jetzt. Wir sind hier direkt, wie gesagt, einmal in Gorgrund und mal gucken, was wir hier aus dem Geed rausquetschen können. Quests haben wir angenommen. Wir müssen jetzt einmal hier mit dem Dude sprechen. Warte, wir sind jetzt zwei oder drei Quests gewesen, nicht, dass ich jetzt eine vergessen habe. Nee, ich glaube, ich habe alle passt. 41k, krass. Gibt auf jeden Fall gut EP, auch die Quests. Ich habe ja jetzt den 30% Buff, den 20% Buff drauf. Übers Gear nochmal 55%, weil ich ja auch beide Ringe habe. Also da geht schon einiges. Und jetzt nochmal die 25%, die du weniger an EP brauchst, heißt 8.1. Das skaliert sich alles hoch. Also hier, ja, ich bin guter Dinge, dass wir hier die fünf Level in Gorgrund vielleicht sogar kriegen. Obwohl, ja, sonst brauche ich eigentlich noch Talador und Dings. Naja, eigentlich kann es nicht reichen. Eigentlich wahrscheinlich drei Level, schätze ich mal. Vielleicht maximal vier. Das wäre dann fast zu viel, weil sonst brauche ich zwei Gebiete mehr, ne. Also so viel macht es dann wahrscheinlich auch nicht aus. Aber wir werden sehen, mal gucken. Wir werden sehen, ne. Was ich jetzt hier mache, ich mache jetzt erstmal die Pre-Quest noch bis zum großen Lager hinten. Hat den Hintergrund, weil es dann den Goblin-Schredder gibt. Und der macht die Bonus-Ziele wesentlich einfacher. Dann kannst du halt mit dem Goblin-Schredder dann durch alles durchgehen. Dann ist das easy, ja. Wir levelen zwar jetzt gerade hier zu zweit, ne. Und haben dann für die meisten Bonus-Ziele einen Vorteil, würde ich sagen, als wenn ich das alleine machen würde. Ja, aber dann hast du auch zwei Goblin-Schredder, ne. Das ist umso besser. Du hast fünf Stunden EP-Buff. Ich habe jetzt sieben Stunden mit meinem Monk pre-gestickt. Also mit meinem Horde-Monk. Den will ich nämlich als nächstes leveln. Der ist nämlich Maga-Org. Das ist dann quasi der letzte von den Verbündeten Völkern, die ich leveln brauche. Und ja, dann schauen wir mal. Weil ich bin ja bei Mamas Beruf ist es drin, ne. Hier, mir fehlen jetzt der Dunkle-Essenzwerk. Das ist der Char. Und dann noch der Maga-Org. Das ist der. Und ja, da ich den Maga-Org möglichst schnell hochspielen will, habe ich mir einen Monk genommen. Der hat ja diesen 50% EP-Buff. Und ja, da müsste das relativ zügig gehen. So. So, jetzt die ganzen Viecher hier killen. Wir können uns ein bisschen verteilen eigentlich. Wir müssten weit genug. Warte mal, ich kann eigentlich hier auch eine... Einfach alles adden. Bloß den großen dürfen wir nicht pullen. Der ist ein bisschen ätzend. Der droppt zwar mal eine Quest, ne. Aber das lohnt sich nicht. Also der hier, der jetzt da gerade kommt, den sollten wir nicht... Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen... Ich dachte mir schon, ein bisschen laggy ist das Ganze hier. Aber wir können ja rüberfliegen auf die andere Seite. Vor allem die musst du killen, die neutralen. Die kriegst du nämlich nicht ganz so leicht dran. Diese blöden Flatterviecher. Weil durch die ganzen Buffs bringt das schon ordentlich was, ne. Wenn wir jetzt noch einen Dunkelmond-Yarmark-Buff hätten und den... Den EP-Buff von der... Von dem Trank, ne. Den du aus... Aus Boralus jetzt kriegst, beziehungsweise aus der Saal-Lore. Über die Marken, ne. Über diese komischen Abzeichen. Dann wird es natürlich noch ein Stück mehr abgehen. Und ich muss dran denken, dass ich den... Die Flaske nachschmeiße. Aber die kannst du nicht einwerfen, solange du noch eine drin hast, ne. Das ist das Problem. Das ist das Problem. So, was brauchen wir jetzt noch? Hier Flatterviech, ne. Eins. Ja. Seht ihr das, was das in der EP bringt? 147.000 EP hat die eigene Dings gebracht, ne. So viel EP kriegst du für alles in Dings nicht. Lol. Ja gut, hast ein Low-Level-Item gekriegt, ne. Ja, kann man gebrauchen, ne. So. Dann haben wir hier ein Ding. Alleine durch das Ding sind wir jetzt schon fast wieder Level up, ne. Durch das Bonus-Objectives. Vier Minuten in der Aufnahme. Ich war ganz am Anfang. Ihr seht, jetzt habe ich schon fast wieder das Level voll. Das ist krass. Wir haben uns noch gar nicht viel aufgemacht. Noch nicht viel aufgemacht. Aber da vorne kriegen wir so einen Schredder. Dann war es das auch mit Questen zum Glück. Dann haben wir einmal den Schredder und können durchschreddern. Bringt ihr Neuigkeiten? Ja, dann können wir eigentlich so rum und einmal hochbasteln, ne. Was geht euch durch den Kopf? Das finde ich eh gut, wenn die hier ankommen. Das ist gut gemacht, auf jeden Fall. Das sind so die Highlights bei meinem Dings-Questen hier immer. Wo brennt's? Ora, Terra muss. Gut, das ist nochmal schon Level up. So, jetzt müssen wir die richtige Wahl treffen am Tisch hier. Und zwar hier das Holzfällerlager brauchen wir. Nein, 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 nein. Die Dings. Nee, nee. Holzfällerlager brauchst du, dass du einen Schredder kriegst. Nicht den Übergangsring. Auf keinen Fall den nehmen. Immer das Holzfällerlager. Ganz wichtig. Weil der Schredder, der haut halt übelst raus. Der hat 10 Minuten Abklingzeit. Aber der rotzt halt gut raus. Bei dem anderen Dings hast du nicht mehr Damage. Das bringt dir gar nichts. Das kannst du knicken, das andere Teil. Okay. Na gut, wenn es in der Geschwindigkeit weitergeht. 6 Minuten, ein Level habe ich gemacht. Ja. Ich werde meinen Schredder gleich beim nächsten Ding benutzen. Du kannst ihn dann eben in der Höhle einmal reinhauen. Gehen wir quasi, wir gehen jetzt einmal hier runter und dann wieder einmal hoch, würde ich sagen. Mal gucken. Wenn wir ganz lucky sind, reicht das sogar. Aber ich glaube es jetzt nicht. Aber wir können ja mal gucken, wie weit wir kommen. Wir sehen es ja dann. Aber es ist halt schon insane. Jetzt überlegt mal, wenn ich jetzt noch erholt wäre, wie es dann abgehen würde. Also auf dieses, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, auf dieses ganze Bonus-Ding kriegst du dann halt auf jeden Fall jedes Mal ein Dings. Lass ein bisschen aufteilen. Geh du auf die anderen Viecher. Mit dem Schredder machst du eigentlich schon relativ gut Damage. Weil die Hüterinnen, die haben schon halt viel Life, ne. Das, äh, 16k, was die haben. Eigentlich hast du mit dem Schredder halt immer diese Sonderbosse gekillt, die hier. Ähm, da konntest du nämlich dann nochmal ganz gut was raus, als es noch diesen 300 EP-Trank gibt. Also den gibt es jetzt immer nur. Den könnte man sich auch noch reinpfeifen, ne. Aber dann wird es total crazy gehen, das Ganze hier. Das, ähm, warum im Stream die Musik läuft. Ähm, weil es dann immer ein bisschen schwierig mit diesen Rechten ist und das ist ein bisschen anstrengend. Oh, warte mal, den hätten wir gar nicht mehr gebraucht. Wir brauchen nur noch Eier. Wir brauchen noch drei Eier, dann haben wir es. Ein Ei, das ist das. Ein Ei. So, ja. Und da ist halt der Geschmack von jedem auch immer ein bisschen anders, deswegen ist es einfach, dann einfach drauf zu verzichten. Ja, wunderbar, das Reset. Hä, warum bin ich immer noch im Combat? Mit was? Oh nein, hab ich jetzt einen Combat-Bug? Ach komm, mit was bin ich denn jetzt? In Combat. Oder bist du noch im Combat? Könnte noch mal ins Test gehen, das wäre vielleicht einfacher. Ach komm, ich bin noch mit nichts mehr im Combat, ich hasse das. Also mit dem Elfen würde ich jetzt Shadow melden. Ach, fuck it. Ne, ich bin immer noch im Combat, aber ich hab... Doch, jetzt bin ich raus. Aber mit was? So, sowas hasse ich. Deswegen möchte ich, ähm, bei meinem Main-Char, äh, nicht mehr missen, dass ich elf bin. Weil das, das ist, glaub ich, das, was dich am meisten abfuckt, wenn du, wenn du nicht wegfliegen kannst und mit irgendwas im Kampf bist und nicht rauskommst. Das ist so nervig. So, nicht mit mir, Freunde. So, dann können wir in die Höhle gehen, da gibt's dann auch nochmal ordentlich was. Ich muss gleich dran denken, dass ich die Flaske erweitere, ne? Also wir haben zwei nebeneinander und dann, oh, da gibt's halt auch nochmal ewig viele von den Bonus-Zielen. Da musst du am besten dann einen Shredder anmachen in der Höhle, ne? Wenn wir jetzt gleich reingehen, weil die ist tough. Also die ist richtig tough, die Höhle. Da vibst du auch immer ganz gern. Das ist immer der Punkt, wenn du, wenn du den, ähm, so eine P-Buff hattest, dann hast du ihn spätestens immer in der Höhle verloren. Ich glaub, die Mobs resetten hier irgendwann, also wenn du, wenn du komplett durchläufst. Wir brauchen nämlich auch ein paar von den Pfahlen. Ah, jetzt häng ich hier unten in der Link fest. Und den Boss brauchen wir. Da hilft dir halt der Roboter hier schon, weil der haut, also hier ziehe ich ihn eigentlich auf jeden Fall immer in der Höhle. Aber, ähm, jetzt hab ich mal einen draußen gezogen, nur immer versetzt, weil beide brauchen immer eigentlich nicht den, den komischen Ding ziehen. Was haut denn den Roboter von dir so runter? Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, das Ding müssen wir da drüben noch looten. Was brauchen wir dann noch? Wir brauchen noch ein paar Eier. Und wir brauchen noch, ähm... Hier kommst du, hier kommst du hoch. Wir brauchen noch zwei von den Typen, ne? Hier. Ja, die kriegen wir da hinten locker noch. Zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Was machst du denn? Da unten haben wir auf jeden Fall noch Eier. Dann brauchen wir jetzt noch hier dieses Fahlen-Typen. Dann müsste ich auch schon wieder Level-Up sein. Ja, oder? Ja, müsste eigentlich reichen. Na, siehste. 97. Das geht halt echt richtig gut ab hier. Und raus aus dem Laden hier. Weißt du was? Ich bubble für den Scheiß, dass der komische Effekt weg ist. Wahrscheinlich hätte ich mir den auch selber runter machen können, das Paar da jetzt. Fällt mir gerade so auf, aber... Egal. Weil dann ziehst du ewig diese Scheißviecher mit. Gute Zimmer. 13 Minuten drin. Zwei Level, ne? Wenn das so weiterläuft, können wir vielleicht doch noch auf 100 kommen hier. Ah fuck, jetzt sind die gesettet hier. Komm mal zu mir her. Wir müssen hier ein bisschen was killen. Ach, das zählt, wenn du die Sachen aufsammelst. Ja gut, so können wir es natürlich dann auch machen. Dann sammel du mal den ganzen Käse auf. Dann mach da oben mal den Boss, sonst sammle ich das Zeugel auf. Ich hab genug zusammengezogen. Zu weit entfernt. Ach, das ist eine gute World Quest. Schau, das zählt, wenn ihr die Sachen anklickt. Gott like sowas. Wenn ich das nicht alles einzeln machen muss. Warte mal, da hängt einer. In der Wand drin. Hätte ich den? Nö, okay. Der ist anscheinend so buggy, dass da nichts passieren kann. Na wunderbar. Wunderbar. So mag man das doch. Perfekt. Nein, ich hab meinen Buff nicht mehr drauf gehabt. Deswegen hab ich jetzt weniger AP gekriegt. Scheiße. Schau, ich wusste es doch. Ich hab jetzt grad geguckt. Schaut, warum hab ich jetzt nur 137k gekriegt. Ah, naja, gut. 20% weniger. Oil. Jetzt gehen wir hier unten und dann einmal nach oben rum. Dann können wir einen Sack zumachen hier. Wo bist du? Du bist auch 97, ne? Ja, gut. Du hast 158. Ja, ich hab jetzt halt weniger gekriegt, ne? Wegen dem Buff, den ich nicht mehr drauf hab. Schade. Warte mal, aber dann hast du trotzdem noch... Hast du den anderen auch noch geholt? Ne. Wie gesagt, man könnte sich theoretisch aus Boralus den Buff noch holen, ne? Aber da muss ich Marken ausgeben. Und ehrlich gesagt will ich keine Marken. Ich denke, ich werd erst morgen mit dem anfangen. Weil ich muss den ja erstmal noch so hoch wie möglich bringen. Aber das sieht jetzt gut aus, ne? 97 sind wir schon mal. Also ich denk mal, da werden wir noch relativ weit kommen. Kann schon mal rein zum Boss gehen. Ich mach die Dinger schon mal hier draußen. Da, der Boss ist in der großen mittleren Höhle. Da, ja. Ich hoffe, die Dinger zählen jetzt für dich auch mit. Dann klicke ich schon mal alle durch. Ich bin außer Reichweite. Erst machen wir dann Bonusziele. Wie... Äh? Die... Ja, der Dingschar ist ja dann neu, weißt du? Er ist ja... Ähm... 21 im Moment. Also der macht nur keine Bonusziele, aber auf dem Level es schlichtweg noch keine gibt. Ich muss näher heran. Naja, der fiert immer, ne? Das ist das richtige Rotz. Aber warte mal, war da auch was drin? Ne, das war draußen geflaggt, ne? So, den Boss haben wir. Die Dinger hab ich auch alle aufgemacht. Jetzt brauchen wir nur noch Mobs, die wir killen müssen. Müssen wir halt ein paar zusammenziehen hier. Naja, gut, da sind ein paar drin. Ich kann gleich erst wieder schreddern. Ich hab dir mal Hand auflegen gedrückt. Boah, ich bin halt ein guter Parler, ne? So bin ich zu meinen Mitspielern hier. Nice. Achso, ne, in Legion mach ich Bonusziele. Das meinst du, ja, ja. Ne, also wenn du gleich mitmachen willst, äh, sobald ich in Legion bin, machen wir erstmal die ganzen Bonusziele. Ja, das ist richtig, ja, ja. Da kannst du gerne mitkommen. Aber ich mach jetzt noch so möglichst viel hier. Und, ähm, dann geh ich nach Legion danach, ja. Sehen wir jetzt mit dem gleich wieder Level ab, ne? Erst 18 Minuten im, im Game und, ähm, hier gleich das dritte Level. Das ist echt krass. Wenn du da den Charme alle Woche stehen lässt, voll, voll erholt bist, ne? Dann, dann, dann flitzt's richtig nochmal. Vor allem da oben kommen jetzt auch nochmal einige Bonusziele. Hast du noch 1, 2, 3, 4 hast du, glaub ich. Ne, 5 hast du da oben sogar noch. 5 Bonusziele sind's noch oben. Hm. Das sind auf jeden Fall, äh, 5 mal, äh, 5 mal, talkin' euro, was du alleine dadurch schon mal hast. Das ist der hat ein 300k, 6, äh, 600k, 750k hast du da. Ja. Plus dann nochmal die ganzen Sachen, die rumflacken Ja, und Level ab 98 Gut, dann hast du quasi 750k durch Bonusziele Ein bisschen weniger als eine Mille Brauche ich jetzt, also quasi für beide Level Zusammen, also 1, 2, 3, 4 Da ist nochmal ein fünftes drin, das habe ich jetzt aber noch nicht auf der Karte quasi Quasi noch nicht auf der Map Was, wo kannst du nicht fliegen, in Leech oder wo? Oder hier in Drainer oder was meinst du jetzt? Ich hoffe, die Fässer zählen für dich mit Wie kann man, okay, wie kann man denn den Leech nicht fliegen können? Was machst du denn da? Ich kann die schon mitnehmen Man muss aber bei Fuß da bleiben, ne? Aber jetzt müssen wir erst, wie gesagt, hier noch fertig machen Und dann können wir da weiterschauen Ich glaube, ich ziehe da hinten nochmal den Schredder dann Achso, okay, du hast erst zu gucken Na gut, okay Das ist eine Ausrede, die gerade durchgeht Ah, okay Ach ja, stimmt, du warst der Ja, okay, jetzt Jetzt komme ich mit Ja gut, dann ist das ausnahmsweise genehmigt Na komm, ziehen wir hier einen Schredder Mach du mal andere Mobs mit dem Schredder Krieg ich die eh relativ zügig down Müssen dann halt eh in die Höhle rein Der Höhle sind nämlich verdammt Eigentlich hätte ich den Schredder in der Höhle ziehen sollen, ne? Das wäre sinniger gewesen Aber gut, egal Bist du faul und so? Aber weißt du, du musst dir überlegen Du machst das einmal Dann hast du es mit allen Schas Das ist eigentlich schon wert So, fester sind wir durch Jetzt müssen wir da hinten den einen Lootner machen Können oben das Tyler looten Den Boss da drin brauchen wir dann Anna Das ist noch nicht bereit Ich muss zuerst etwas anvisieren Ja, jetzt was Oder wie viel haben wir denn hier noch? Ja, oder wir können Wir brauchen die in der Höhle gar nicht Mach du die da unten, die beiden noch Dann schaue ich das hier oben noch Dann haben wir es eh Es ist ein... Ja Ja, wäre ganz gut Weißt du, wenn du es einmal gemacht hast Dann hast du es für immer weg Bist mit allen durch Dann ist das halt easy Also, so sehe ich das halt, ne? Das ist halt einmal eine Quälerei Und dann nie wieder Das ist halt dann eine schicke Na, du machst das schon, ne? Linksflast habe ich drin Warte mal Doch, fertig 151k Ordentlich Obwohl, eigentlich ziehe ich immer Bei den Botani da drüben Den Shit, ne? Rimmel, hey, grüß dich Hm Wie er mehr im EP kriegt, dass ich Unglaublich Ich muss näher heran Zu weit entfernt Diesen Gegenstand kann ich noch nicht benutzen Ich brauche ein Ziel Ich habe kein Ziel Ich muss zuerst etwas anvisieren Okay, mach du mal Hau du mal die restlichen Vieh hier um Ich mache das Zeug auf Shit, ich bin immer noch mit Ah, mit dem sind wir infight Ich brauche ein Ziel Ich brauche noch Mobs dran So, einen brauchen wir noch Und dann können wir weglaufen Warte, ich habe noch ein GS Wie brauchen wir denn noch 20? Hm Na, ich habe kein Handauflegen mehr Na komm, bis zur Heilung Schaffe ich es noch Boah, das war aber knapp Na, wunderbar Drei Drei Bonus Ziele Müsst man noch haben Ja, alleine mit denen Kommen wir noch Auf max level Hier, ich glaube Den kleinen brauchen wir noch Jetzt kommen wir nicht raus Aus dem Combat Natürlich Du bist wieder aus dem Combat rausgekommen Wie geht denn sowas Ich habe kein Ziel Ja, genau Die drei Bonus Ziele Und das Zeug Ja, okay Da kommen wir Easy nur auf 110 Ja, brauchst du halt Gerade mal zwei Gebiete Und der Holt-Buff brauchst du halt gar nicht Ist halt richtig easy Was ich spiele Ja, ein Dings hier Paladin Tank Ein Prod Parlor Sozusagen Einfach reingelootet hier Na, das ist immer das Das ist immer das Beschissenste da unten Da darfst du auch nicht stehen bleiben Die hauen Das haut nämlich richtig Damage rein Vor allem aus die Stacks Hauen richtig Damage rein Ja, da babbeln wir jetzt mal lieber Einmal die Stacks wegbabbeln Safety first Sonst wäre ich wahrscheinlich abgenippelt Das kann ich nehmen Mit dem kann ich die Stacks nicht runternehmen Ne, kriege ich nicht Es gibt nur die ganzen Sachen Die du eh das beänkernst Die kannst du damit runternehmen Leider Mittlerweile habe ich von denen Mobs auch so ein bisschen Eine Abneigung über die Inseln Ne, das sind die Die immer wild rumspucken Wo du extrem viel Damage kriegst So, einen von den großen Brauchen wir noch Und ein paar kleine Da hinten Hier, da ist noch einer von denen Ah na, da müsste ja auch schon wieder Level up sein Ich meine, dass diese Bonus Ziele Die bringen dann irgendwann Nicht mehr so viel EP Ah, aber die Bonus Objectives Die bringen noch Ziemlich viel Hier, vor allem Den brauchen wir Shit Jetzt schlagen diese Debuts wieder zu Okay Naja, jetzt brauchen wir Los noch die Inventare Ja, ja Deswegen meine ich Ja, ich rede von über 100 Davon rede ich ja Wenn du Wenn du über 100 bist Krieg Bring die Bonus Objectives Auch noch EP Aber die Ziele Halt fast gar nichts mehr Deswegen musst du eher Die Ziele vorher basteln Und dann die Objectives Quasi Also wenn sie das Nicht gefixt haben Dann müsstest du Auch von den Objectives Nur einiges kriegen Ich hab da mal Ein paar Sachen getestet So, jetzt sind wir 99 Na wunderbar Aber wir werden sie Dann gleich sehen Die zwei haben wir noch Und einiges Andere Gedönse Ja Also wir schaffen es Tatsächlich hier Auf 100 zu kommen Krass 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 Zu weit entfährt Becken das jetzt auf einmal so Oh, ich glaube ich hab ein bisschen viel gepult Hand auflegen Das kann ich nicht angreifen Dieses Ziel kann ich nicht angreifen So, jetzt müssen wir die einen da noch ein bisschen rumretzen Ich hoffe das zählt wieder für beide dazu Okay, jetzt hab ich Ich hab jetzt innerhalb von einer halben Stunde vier Level gemacht Und das in In so einem hohen Levelbereich Das schaffst du sonst nur im Low Level Ne, jetzt müssen wir mal gucken Wo noch welche Flacken Ja, oben Flack noch wer Also hier merkst du es Merkst du es am krassesten Da hast du vorher schon echt schnell gelevelt Und jetzt Speedest du halt noch fixer durch Ne Und wie gesagt Ohne Erholt Buff Ne Sonst hab ich ja auch noch meistens den Erholt Buff hier Und den hab ich ja nicht mal Sonst sind wir noch ein paar Von diesen Gorlingen töten Die sind da hinten eigentlich auch nochmal Nochmal relativ viele von den kleinen Na shit Einen brauchen wir noch Wunderbar 150k eingeheimst So Ein Ding ist hier in der Höhle drin Da müssen wir gleich hinten rum Bär Was gehen denn Roboter Ne, den spare ich mir fürs nächste auf Weißt du Es kommt ja noch ein Ein Bonus Ziel Und da sind Da sind ätzende Mobs Da brauchst du den auf jeden Fall Ja Dann wär schneller gegangen Ne Äh gesagt Dass ich das hier relativ zügig durchziehe Du schaffst es halt echt In zwei Stunden Komplett Dings zu machen Ne Komplett Äh Ding hier Wahrscheinlich sogar schneller Ich hab ja beim ersten Beim ersten Teil quasi eine halbe Stunde Allein nur Ordenshalle Äh Ordenshalle Sag ich Hier Garnision Und hinfliegen und so gemacht Und jetzt in einer halben Stunde schon fast wieder Also wahrscheinlich kannst du es in Einerhalb etwa basteln Echt krass Wenn du dann noch erholt bist Wahrscheinlich in einer Stunde Ne Also dann hast du wahrscheinlich die 10 Level echt in einer Stunde durch Wenn du es optimal ist Machst mit allem Support Krasse Nummer auf jeden Fall Krasse Nummer Ja die sind halt Die haben halt recht viel Leben Ne Die dauern halt ewig runter zu klopfen Da ist der Ist ja auch wieder genau das Richtige Deswegen hab ich mir hierfür aufgespart Ja gut den Monkbass hast du ja nicht mehr Den hast du ja nicht mehr Auf dem Level Wenn du den auch noch haben würdest Ja 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 der ist leider weg Naja Sonst wäre es richtig übel Jetzt siehst du warum ich mir hier das Ding aufgespart hab Weil die richtig ätzend sind die Viecher Lass mal den letzten großen Mob hier nur aufsparen Ich hab dann nämlich einen Plan Ähm Warte mal War da hinten nicht Obwohl eigentlich ist es wurscht Wir wissen noch so einen kleinen Diese kleinen da Zwei Bräune Und dann einen großen Einen großen brauchen wir jetzt noch Deswegen Ja die großen Oh schau mal da ist ein Hunter Ja Wir hätten jetzt noch keinen der uns abgefuckt hat Ne Das wundert mich fast so ein bisschen Sonst hast du da meistens noch jemand Aber wir waren jetzt so blitzschnell durch Ne Nice 35 Minuten hab ich die 5 Level gemacht Das ist krank Das ist echt krank Ja Also du warst davor schon schnell Aber das ist jetzt einfach nur krank Wie schnell das war Und ich hab schon Und ich hab schon andere Scheiße gemacht Mit Ne Mit Power Level Mit beiden Flasen So Schauen wir mal Ja das bringt halt immer noch Es bringt immer noch 23k Das Zeug hier Also wir können immer noch die ganzen Schätze mitnehmen Komm mal Komm mal Komm mal zu mir Also ich kann es die ganze mal weiter basteln Schauen wir mal Wie lang halt noch Ne Ja Talente kann man noch mitnehmen Äh Ich find Seraphim eigentlich immer ganz praktisch So Dann holen wir uns die restlichen Schätze jetzt hier erstmal noch Ja bist ja auch Na ja gut Du bist ja schon vor dem Jahr 110 geworden Na Na Wie gesagt Ich nehme jetzt hier noch so So viel mit wie geht Quasi Und sobald das hier weniger EP bringt Mach ich in Legion dann die Dings Vielleicht kann ich dann sogar Heute sogar schon auf 110 basteln ohne Inva Wenn das gut läuft Je nachdem wie lange die Schätze noch EP bringen Je nachdem Na das Ding lass ich glaube ich sausen Das ist nämlich kacke Da musst du nämlich ganz hoch laufen wieder Oder wir porten uns dann Das könnten wir auch machen Doch komm Lass das machen Und dann porten Warte mal Das ist hier glaube ich drin Ja Ich kann gleich mal gucken Wegen den Bonus zielen Hier hinten in der Ecke ist es Jetzt quasi einfach zurück in die In die Garnision porten Aber er haut die Zumindest die Tentakel Warte mal Geht Bubble Ruhestein Würde das gehen Wie lange ist denn der Garnisionsruhestein Habe ich das Ding aufgesammelt Komm komm Oh nein Oder Fuck Mich hauen zwei Mobs Perfekt Bubble Ruhestein Ideal Einfach in die Garnision zurück Porte einfach raus Die Sachen hier lohnen sich gar nicht Stack mal den EP Buff Welchen EP Buff Meinst du Ich komme mit euch In Embari Erwartet uns ein freundlicher Empfang Also es gibt verschiedene EP Buffs Die du ja quasi holen kannst Na schau mal Da hinten wäre auch noch ein Ding Es gibt Achso das ist da unten im Wasser Es gibt Quasi einen EP Buff Den Hier Diese Flast Die kriegst du Warte mal Ist das jetzt nicht mehr gecapped Hä Warum habe ich den Buff noch drauf Aber er wirkt nicht mehr Ich kriege schon weniger Okay Es gibt halt den Buff hier 20% Dann gibt es Den War Mode Buff Der ist halt Wenn du Allianz bist Gerade höher Weil die immer in der Unterzahl Im War Mode sind Ist dann nochmal 30% Und was du dann noch machen Hättest können Was ich jetzt nicht gemacht habe Ist diesen neuen BFA Buff Sich holen Der dann auch nochmal Ja 10% bringt Ja lass mal nach Talador gehen Mal gucken Was wir da jetzt noch kriegen Talador Ja den Zweiten Dings habe ich dann gar nicht mehr gebraucht Was ich mir jetzt noch gekauft habe Willst du jetzt hier in Dings mitmachen Oder was Ist jetzt hier in Obwohl Jetzt steht hier 75k dran Hä Warte mal Hä Moment Anscheinend bringt die Dings Doch nur was Hä Der hat ewig viel Life Den müssen wir gleich killen Den Baum Ich habe kein Ziel Ich brauche ein Ziel Ja gut Ich glaube bis 101 bringen sie noch EP die Dinger Ne Und dann ist Na müssen wir mal gucken Wie lang das noch Ja dann musst du nach Drenor kommen Dann kannst du hier schon mitmachen Hey grüß dich Auch den Patrick Das ist wieder wahrscheinlich Mit ewig viel Delay Ja einfach zu uns kommen Dann kannst du mitmachen Das kann ich nicht angreifen So jetzt hier erstmal Das hat es gebracht 150.000 Okay Das hat jetzt tatsächlich Na krass Ja Also hier geht es noch Mal gucken Ob es dann ab 101 Anders aussieht Mal schauen wie lange man jetzt noch hier basteln kann Echt 101 bist du Na GZ GZ Ich glaube wir müssen jetzt noch ein Bonus Ziel am besten basteln Ich glaube da hinten war noch ein Oder Ne hier unten war glaube ich Ah ne das hat glaube ich gar keine EP gebracht Das hier anquatschen Ne das kannst du knicken Ähm Hier war glaube ich auch noch ein Bonus Ziel Ja das können wir mitnehmen Die Schredder Das können wir eigentlich machen Oder war das nur die Horde Oder hat nur die Horde Das Schredder Ding Ich dachte die Ah ne die Allianz hat hier unten das Teil Ja dann lass das da unten machen Lass da mal treffen Oh jetzt muss ich aufpassen Level up Lass direkt zum Schredderdings gehen Lass das machen Und dann die anderen Ähm Sag mir mal wie viel das bei dir noch bringt Das Bonus Ziel Jetzt hauen wir es um Und dann schauen wir mal Ob es bei dir auch noch Ähm Ob es bei dir dann auch noch Hier über 100k bringt Hey danke dir fürs Abonnieren Oder Followen besser gesagt Ah jetzt ist er hier Hey grüß dich Auf Dings ist es delayed Na das ist ein bisschen blöd Doch Ich stream immer auf Twitch und YouTube Ja die bringen uns nix Wir müssen zu den Schreddern Und dann Ich hoffe, das zählt jetzt hier auch, ne? Ich muss gleich schauen, dass ich das eine Teil erst aufsammle, wenn ich jetzt hier den Rest habe. Ich glaube, das Holz zählt nicht für uns beide, oder? Kann das sein? Ja, das musst du wirklich selber sammeln. Ach komm, das ist wieder ein Dreck. Also im Glück können wir es beide looten, das passt ganz gut. Das passt ganz gut tatsächlich. Ja, das hole ich danach. Wahrscheinlich bringt das sonst nämlich hier nicht mehr so viel EP, kann ich mir vorstellen. Zumindest war es früher mal so. Ich weiß jetzt nicht, was die geändert haben. Was die leiste. Meinst du die Buttons an sich, oder meinst du den Hintergrund? Die Buttons sind Dominos und der Hintergrund ist Sun, View, Art, Port. Müsste aber bei den Addons unten auch, wie man es genau schreibt, stehen. Da kannst du es dir einmal nachgucken. Hier bei dem Char ist es halt nicht so eingestellt, weil das jetzt bei mir nur ein Twink ist. Beim Main sieht es noch ein bisschen, naja, ein bisschen besser aus, weil es ein bisschen mehr eingestellt ist. Von den Fähigkeiten jetzt sich jetzt ein bisschen zerrupft, weil beim Twink jetzt auch nicht so viel draußen hat. So, und was brauchen wir denn jetzt noch? Zwei Schredder? Dann können wir... Dann schauen wir mal, jetzt ziehen wir mal hier alle CDs. Mein, das ist jetzt alles auf dem Global. Ganz schön nervig. Ja, das hat jetzt 150.000 gewartet. Jetzt mal gucken, ob die Sachen noch was bringen, weil jetzt bin ich 101, ne? Oder ob das jetzt schon dann in den Bach runter geht. Also das bringt jetzt immer noch 18.000, ne? So ein Teil. Warte mal, da hinten haben wir noch Dinger. Hier sind noch zwei. Du hast noch 100, okay, aber auch mit 101, okay, das ist nice. Dann können wir das Zeug trotzdem noch machen. Dann können wir das Zeug trotzdem noch machen. Ja, wo war denn das da oben? Ist noch eins. Ja, gut. Dann würde ich einfach sagen, dass wir jetzt hier noch so lange weitermachen, wie das EP bringt. Und dann können wir ja immer noch gucken, dass wir, ja, nach Leechern gehen quasi. Ach, ist der Hexe jetzt auch hier nach Draenau gekommen? Ah, okay. Ja, gut. Ich dachte, der wollte erst in den Dings wirklich mitkommen. Ja, gut. Ja, weil das ist das, was ich am Anfang mal getestet hatte vor BFA. Und ich wusste nicht, ob sie da noch was machen oder nicht, ne? Und, ähm, naja. Immer noch 102. Ja, schauen wir mal. Werden wir ja dann, werden wir dann spätestens sehen, sobald ich, äh, in dem Level bin. Sehen wir dann schon. So. Jetzt machen wir halt das Gebiet und dann können wir ja gucken. Dann theoretisch schwitzen von Arag noch und Nagrand. Aber ich glaube, also, ich weiß gar nicht, ob das dann so lange noch springt. Seid ihr Horde oder Allianz? Ähm, Allianz sind wir. Allianz. Ach, das da hinten nehme ich jetzt nicht mit. Das ist ganz am Arsch der Welt. Da musst du mal einen riesen Umweg fliegen für. Können ja hier jetzt einmal rumfliegen. Richtig, Zwerg ist meistens Allianz. Du kennst dich, okay. Hm. So. Naja. Schauen wir mal, wie weit wir da noch kommen. Eigentlich wollte ich auf Stufe 100 kommen, ne? Jetzt sind wir sogar auf, ähm, 101 gekommen. Vielleicht sogar noch auf 102 in der Episode. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, das da hinten ist immer ein ziemliches Gefrickel, ne? Okay. Item Level overall, ne? Muss mal schauen, wo man bleibt. Das ist richtig, ja. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ach ja, ich finde das immer so ganz entspannendes Zeug hier mit zu nö. Das mache ich richtig gern. Das ist so mein liebster Level-Bereich, muss ich echt sagen. Und Mounds zu farmen, okay. Ja, warum nicht? Jedem Design ist farmen. Ich farm auch ganz gern Mounds. Das ist zwar nicht der einzige, einzige Inhalt, aber einen, den ich gerne mache eigentlich. Kommt kein Dämon vorbei. Ich hoffe, ihr habt recht. Die Toten werden unruhig. Unruhig. Uh, es ist wahrhaft dunkle. Jetzt wird's mysteriös. Ich bin überlegen, ob ich in die Höhle reingehen soll, aber das ist immer so ein riesen Times-Ding. Ich glaube, die Höhle lasse ich aus. Es gibt da hinten eine Höhle, ne? Hier, da sind drei Items drin. Also drei Items würden sich schon lohnen, aber du hängst da halt immer ewig drin, weil da fünf Millionen Mobs sind. Das dauert ewig. Ach, und ich glaube, ich mache das diesmal nicht. Ich bin eh schon weit genug mit dem Ganzen. Ja gut, muss halt random zurechtkommen, ne? Das hat halt alles seine Vor- und Nachteile, ne? Wenn du in einer festen Gilde bist, sind's halt immer die gleichen Leute. Dann progressst du halt dich mit den Leuten voran. Wenn du nicht in einer festen Gilde bist, dann musst du halt meistens auch immer am besten da sein, ne? Dass du der Gilde halt da weiterhilfst. Das ist halt ein Nachteil, ne? Das hat halt, wie gesagt, alles Vor- und Nachteile. Das ist halt wie, ob du mit einer Mannschaft kickst, ne? Irgend vom Fußballplatz. Oder mit einfach irgendwelchen Leuten mal im Park, ne? Leute im Park, ob du da mal auftauchst oder nicht, ist es wurscht. Aber wenn du in der Mannschaft die Leute stehen lässt, ist es irgendwie ein bisschen blöd. Ja, ich würde euch auch raten, das in der Höhle sein zu lassen. Das rentiert sich nicht. Kommt lieber hier zum Bonus-Ziel, oder? Bringt das jetzt noch so viel? Ja, immer noch. 60.000. Krasse Scheiße. Also ein bisschen weniger ist es jetzt, ne? Aber trotzdem, immer noch ein Haufen Holz. Weil in der Höhle, das dauert wirklich ewig, das zu holen. Na ja. Muss, musst du oft abends arbeiten, oder? Ach so, ja, das könnte ich machen, aber mit meinem zweiten Account bin ich woanders unterwegs. Muss im BG den Tag retten. Jojo. Ich ziehe hier schon mal ein paar Mobs zusammen. Ich muss näher heran. Ich muss näher heran. nur eins freigeboxt? Nee, jetzt muss man... Warte mal, das komme ich vielleicht dran, ohne den Akkora zu triggern. Nee. Dreckiger Akkora. Hat er sich einfach selber getriggert? Naja, mal gucken. Also du meinst, sobald ich 102 bin, ähm... hat sich das dann erledigt mit der LP. Weil jetzt habe ich gerade noch 123.000 gekriegt. Also du merkst, dass es schon langsam runter geht, ne? Muss halt gucken, bis wann sich's halt rentiert. Immer desorientiert. Alle, alle einmal Loot fassen. Na gut, hier addest du halt alles, ne? In dem komischen Lager drin. Naja, das ist besser, einfach rauszurennen. Panisch. Das ist halt irgendwie näher als Spitzen von Arak besser, oder hier? Vor dem Belegen. Das können wir noch machen, ne? Das bringt jetzt auch nochmal 60k. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt erstmal nach unten. Hier sind nämlich ziemlich viele Bonus-Ziele und Sachen auf einem Dings. Äh, weil wir müssen ja jetzt so nicht wirklich alles abklappern. Wir sind, wir kommen ja eh locker drüber. Spitzen ist easy, ja, würde ich auch sagen. Dann lass, äh, dann lass hier unten das eine noch mitnehmen. Das ist eh buggy. Das ist auch, äh, das bringt keine EP. Das hintere bringt nur EP. Nur das hier, das vordere, das ist so ein komisches Boss-Event. Das kannst du vergessen. Das bringt nix. Das, weiß ich nicht, das ist irgendwie buggy. Keine Ahnung. Die Ressourcen gibt's irgendwie nicht. Hab da schon alles probiert. Ja, gut, okay, 101, ne? Ist gleich 102. Das geht schon ab. Das geht schon ab. Hier den einen. Komm mal zu mir her. Hier hab ich gleich den ersten Boss schon mal runtergeklopft. Ich mach hier so ein anderer Typ, den könnten wir eigentlich einladen, wenn wir hier eh schon... Kommt mal am besten immer hier zu mir her. Bin direkt bei den Bossen wieder. Da hinten haben wir den nächsten in der Mitte. Ich brauche ein Ziel. Bei dem nächsten Boss. Da haben wir so ein Warrior aufgegabelt. Dann müssen wir noch runter zu den komischen Viechern da. Sobald es hier quasi keine gute EP mehr bringt, können wir halt switchen. Dann gehen wir halt einmal nach Legion. Da können wir dann auch nochmal alle Bonus Objectives abgrasen. Das bringt auch nochmal so ein bis zwei Level in etwa. So was... Wahrscheinlich jetzt eher gute zwei mit dem ganzen Zeug, was sie jetzt geändert haben. Ich bin gerade überlegen, ob... Naja, die Artefaktwaffe brauchst du eigentlich gar nicht mehr machen. Das lohnt sich eigentlich fast nicht mehr. Die bringt ja jetzt nicht mehr sonderlich viel. Ich muss näher heran. Naja, okay, die Resetten schon wieder. Weiter darf ich nicht laufen. Blöd, aber auch. 102. Jetzt hoffe ich, dass das nicht... nicht ein schlechtes Ding war. Oh, jetzt geht's gut. 142.000 von 60 auf 42. Das ist krass. Ah, 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 ah. Jetzt sinkt die Sache. Hier unten bei der Mutter, da müssen wir jetzt noch Rambazamba machen. Dann haben wir es eh mit den Kleinen. Dann brauchen wir jetzt noch ein paar von den Orks und dann sind wir durch. Das Fluganimation ist buggy bei dir? Okay. Mal schauen, wie viel, ähm, wie viel dann die Objectives noch bringen, ne? Ob sich das dann noch rentiert? Kommt mal nochmal hier hoch. Hier sind relativ viele... Oh shit, ich bin fast tot. Wenn wir die gekillt haben, dann haben wir den Abschluss. Oh nein, nicht die Elite genau reinziehen. Den auch nochmal töten. Wir dürfen jetzt bloß den einen Boss dann nicht adden. Ja, das könnte ich machen. Bloß die Bonusziele, die, ähm, werden jetzt auch immer weniger wert, ne? Warte mal, ich brauche noch einen Zünder, ne? Sehe ich gerade. Einen Zünder noch. Warte, da hinten ist noch eine Bombe. Vielleicht kann ich da ran sneaken, ohne dass ich die Mobs pull. Ja gut, 92k kriege ich noch quasi. Oh, ich habe zwei bestimmte Dings gemacht. Passt. Ja gut, es geht, ja. Also das kann man theoretisch, ne? Also 92k kannst du auf jeden Fall noch vertreten, dass du für eins kriegst. Das ist jetzt zwar schon ein Drittel weniger, ne? Unterm Strich, aber immer noch viel, ja. Also da würdest du ja in BFA die Finger nach abschlecken, ne? Dann kriegst du nämlich nix, für nix irgendwie an die 100k. Jetzt kriegt man jetzt für die Dinger noch 13k, ja gut. Es ist schon, schon gut weniger, das ist, ist richtig, ja. Ja, ich denke mal ein bisschen können wir hier jetzt nochmal rumbasteln. Können wir erstmal einmal so runter, da sind jetzt noch ein paar Bonusziele. Und dann, ähm, hier das hier, dann ist hier unten noch eins. Die kannst du auf jeden Fall noch mitnehmen. Und dann hier halt noch diese paar Sachen, die da rumflacken. Die bringen jetzt halt auch nicht mehr so, ja gut, so viel weniger ist es nicht, was die bringen. Kriegst du jetzt halt dennoch 13.000 für eins, ne? Was sieht man jetzt eigentlich da drüben schon, äh, nicht hier? Sieht man die nicht, ne? Gut, die musst du ja erst einmal aufdecken, dass du sie sehen würdest. Gut, aber für die Folge soll es das dann wieder gewesen sein. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns gerne das nächste Mal. Euer Tela, bis dann. Ciao.